So, das ist stylisch. Okay. Fängt gut an, oder? Jaja, ist schon ein ganzer Anspruchsfall. Ich bin durch. Du bist so ein Mongo ernsthaft. Warte. Nee, nicht so. Obwohl, manchmal auch. Guck, du bist so ein Dreckschlampe jetzt. Alter, ich war da... So eine Dreckschlampe. Ich hab ne Diorrüstung erlebt, ich bin der Eier. Brauchte ich nicht, mir Dior zu schlagen. Aua! Wir müssen Niko mal killen, der hat völlig overpowered'n Bogen. Alter, das geht gar nicht. Ja, zünd am besten das Eis an. Komm, hier, zünd die Challenge an. Hier, jetzt hast du's kaputt gemacht, schön. Boah, da ist ne voll schöne Stelle, ey. LOL Okay, wir müssen jetzt irgendwie schaffen. Bist du drauf? Bist du drauf? Ja. Okay, warte, dann müssen wir die da irgendwie... Kannst du die grad drehen, oder ich? Sag mal. Kannst du die drehen? Okay, okay, okay. Sagst du win? Nee. Irgendwie hasse ich Kalle, also... Ich auch, eigentlich. Der stinkt voll nach Maggi. Nach Mango stinkt der. Oh. Ja. Boah, hörst du mir auf mit dem Schein? Toll, da fall ich runter, weißt du. Nee, warte mal. Gib mir mal die Böcke... Ey, du... War meine Dia-Rüstung immer. Ist doch richtig kacke, ey. Ist voll Niko, ist das. Ist so. Oh. Und so fehlt da die Treppe? Welche Treppe? Da war doch ne Treppe hier an dem Ding. Nee, war die nicht. Die hab ich also sind dann gebaut. Ach so. Danke. Danke. Danke! Weil er ist einfach schon wieder durch, ey. Ja, schon jetzt in der Zeit. Baut sich da oben seinen Zauber... Er klappt sich erst mal richtig, was zum... Du steh'n Kerberchen, Alter, wie das ausschaut. Oh, ne. Lass mal, äh, Chattingteil bauen. Hock da oben, wo so ein Mongo-Dorf, wo der Treppe zaubert sich was. Zaubert sich was. Zaubert sich was oder so. Zaubert sich was in der Hose, ne? Nein! Oh, mach mir doch auch auf. Scheiße. Das ist so eine Gastfreundlichkeit, ey. Ich bin sehr gastfreundschaftlich. Alter, wenn mich jemand klärt, ich schwöre ich, geh sofort aus dem TS raus, ne? Und mach nie wieder mit mit euch. Nein! Das ist nämlich eigentlich echt kacke mit den Klieren, ohne Witz. Ja, dann nimm dir keine scheiß Sandblöcke und bau die irgendwo hin. Wenn du... Ja, jetzt mal ohne Witz. Wenn du hier die ganze Challenge wegsprengst, keine Wix. Ich hab' nicht mal das TNT-Platz zu. 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 Ja, das ist aber angezündet. Und dann liegen da nur mal überall sein Blöck rum. Ich bin so in die Woche. Und hier das alles aufhört. Ich bin so ne richtige Trümmerfrau bin ich, ne? Ist so. Und das alles schmeckt. Und dann strafst du mich und verlierst das einfach. Was ne Trümmerfrau. Ja klar! Du siehst auch voll so aus. Darf ich mal meinen Bogen testen? Und meinen Schwert? Ja, bei Niko mal. Gut. Wie du möchtest. Alter, ich schwöre, wenn mich jemand cleart. Ja, ich cleare nur Kubi, weil der die ganze Zeit scheiße mit seinem Zeug macht. Au! Wie viel? Alter, ich hab' noch zwei! Beste, Alter. Alter, ich war oben drauf, ey. Ja, warte, ich pot dich. Alter, der ist doch mal voll OP. Dann port mich mal. Warte, ich möchte doch mal ein Schwert testen. Genau Kubi. Oh, jo, ein Herz, ne? Oh, alter. Wenn du so was in der Season hast. Was? Wenn du so was in der Season hast. Ja. Hatte ich mal. Mit Looting das auch. 13,2... ...Kriftschaden. Hat mein... Ihr mein Schwert. Hä, bin ich schon? Hä, wo bin ich denn? Kann ich mich mal hier mal porten? Irgendwie kann ich nicht. Ja, warte. Settet mal euern... ...s hier, damit ich euch töten kann, wenn ihr runterfallt. Mach einfach, äh... spawns set. Slash spawns, glaub ich. Slash spawn. Oder so. Okay, dann set spawn. Nein. Nee, weder noch. Okay. Äh... Slash spawn point. Ja, genau. Oder so. Nein! Ah, da war's! Da. Ja. Alter, weil ich nicht mehr unten war. Alter, aber der hat nicht guter Loot. Der hat nicht übel der Loot. Es sah so mega, es sah so mega geil aus. Du glaubst du rauf. Du glaubst du rauf, du fliehst du rauf. Du glaubst du rauf, du fliehst du rauf. Du fliehst du rauf. Was soll ich denn immer hier oben jetzt? Ja, weil du deinen Spawn gesettet hast. Ja, ich verreck' ja nicht mal. Entschuldigung, ich auch. Alter, bei mir hängt grad alles. Alter, es funkt nichts mehr. Kann ich mal aufhören? Ich lass' dich echt voll weg. Alter! Hallo. Was denn? Hä, mein Minecraft ist tot, Alter. Das hab ich gar nicht zu erwarten. Rennen. Tanzen. Tanzen. Boah, Alter, das war auch mit dem Kack. Ich will den Shell schon irgendwann mal schaffen. Ey, ich kann ja nichts aufsammeln. Ich kann gar nichts machen. Es freut mich. Ey, wo bist du überhaupt? Ähm, Hauptsamm. Ich stehe doch hier bei Niko, oder? Nein. Ich stehe schon lange nicht mehr neben dir. Alter, wie... Wie viel Damage macht in der Kack, ey? Ey. Wunder. Damage. Niko, ich bin hier, oder? Siehst du mich? Ja, siehst du mich? Ja. Mach mit. Ah, ich klirr dich ohne Witz. Nein. Dann nur aufgehend. Dann nur aufgehend. Dann nur auf, das so ausgehend wird. Das gehört in mein Leben zu stören. Ja, wenn ihr runterfallen, dann muss ich euch doch bestrafen. Wieso hebt da... Hier ist Digga nichts auf, Mann! Da fehlt Maki eindeutig. Dann wirst du mal eine Kamprofen durchführen. Alter, wie... Alter, wie der Kack selber rumleckt. Ohne wird's Niko, kannst du die nicht mal ordentlich bezahlen, oder? Der leckt doch gar nicht. Hä, bei mir leckt das Ultra. Deine Mom leckt. Oh! Oh! Alter, Kubi, ernsthaft? Ja, ich führ nur mal ne Kernbohrung grad durch. Vielleicht ist am besten nicht so viel, bevor wir nicht irgendwie ganz weit unten sind. Muss die Challenge aber noch schaffen. Habt ihr das schon voll durch? Ich bin auch noch reingesprungen. Auf in die Möse des Todes, los! Weißt du, die Map ist noch nicht mal kaputt... Äh, noch nicht mal fertig. Weißt du, machen sie erst schon kaputt. Bei mir hängt alles einfach nur ultra krass, Alter. Es... Oh, ich hab' Eisen gefunden. Wenn man ne Kernbohrung durchführt, dann ist das halt so. Ja. Minecraft ist so scheiße, ohne Witz! Ich fahr hier ständig überall einfach durch, und... Keine Ahnung, was abgeht! Alter, ich verliere die Ressourcen, Alter. Ich schwör's dir. Wo steh' ich grad, Nico? Wir nehmen die Map jetzt, äh... Wir nehmen die Map jetzt als, ähm... Als, als Seed für, ähm... Für die Season. Am ersten Mal alle Diamanten. Geh, jetzt steh' ich hier oben, ne? Ja. Okay. Und da bin ich. Gesundheit. Wolltest du eigentlich True, Alter, I sagen? True, Alter, Iiii... Boah, Alter... Was für das... Was für ein Pimmel... Was für ne... Was für ne Ein- äh... Kernbohrung machst du da? So ne... Perforation, oder wie? Ich mach' hier einfach das Megaloch hier. Ich schwör's euch. Ihr macht die Challenge, und wenn ihr fertig seid, dann gibt's. Dann könnt ihr... Könnt ihr die Kernbohrung betrachten. Weil ich muss hier mal... ganz kurz eine Kernbohrung durchführen. Oh, Eisen. Weißt du, da kommt er! Oh, Eisen! Alter, wie's hier rumst, ey! Hä? Kann man das überhaupt schaffen? Nein, nein. Ich wüsste nicht so, dass ich deutsch bin, oder so. Ne, von hier. Äh, warte mal. Von hier. Lass mich verarschen. War da nicht ein Leiter dran? Was? Da. Mein Arm juckelt. Von hier, da rüber. Der juckelt. Spring mal. Hä? Ich bin sau spät abgesprungen. Das war heavy. War da nicht ne Leiter dran? Ich frag mich das nämlich gerade. Weiß es nicht. Alter, der Krater ist eh für die Möse. Ja, ne, doch geht. Bin grad rübergekommen. Aber mega spät abspringen. Oh, warte mal. Ich kann da oben reingehen. Mega spät. Mega spät. Mega, mega spät. Ich mach ihn einfach so richtig frech die Tür von der Nase zu, ne? So wie Pipi Langstrom. Sau Bock wieder auf die Season. Ich auch. Ja, lass schon mal, lass schon mal zwei Stunden vorher anfangen. Lass schon mal anfangen, ne? Lass schon mal anfangen, ne? Ach, recht? Hm. Will der nicht mehr? Ne. Ja, ich weiß es nicht. Aber schade, weil wir haben den sogar getrollt. Ey, da könnte man aber creepen, ne? Das können wir machen. Der hat keine Diamanten. Na und? Ich rede da nicht von Dias. Generell, ich freu mich auch über Holz. Das stimmt aber eigentlich nicht, klar. Holz ist schon da steht. Also nicht mal Bäume. Nein, wir freuen uns über Holz, weil wir sind die ganz, die tollsten in der Season und wir bauen einfach was voll schönes. Wir sind die Holzfäller. Ja, ich bin schon im End, hab schon alles gekillt und so. Wir bauen mega schön. Wir bauen mega schön. Ja. So wie ich dir grad. Genau. Ah, ihr habt auch so nen Krater gemacht in der Season. Ja, und da bauen wir uns drin, rein. Ja. Ja. Das wär eigentlich auch mal geil, ne? Das wär echt geil. Ihr wart erst mal TNT farmen. Ja. Und dann habt ihr euch... Naja, wir haben ja bei Plucky schon mal was weggesprengt. Ja, das... Ist ja daran nicht gestorben. Ja, ja. Der ist dann nämlich hinterher gesprungen wie so ein dummer Köter. Und ist einfach explodiert. Das sah so geil aus. Der hat nämlich gesagt, der hat so voll Panik gekriegt. Ja. Alter. Geschafft. Geschafft, Alter. Geil, Eisen. Jetzt geb ich mir den Krater. Jetzt geb ich mir den Krater. Wie hier einfach aufprallt. Alter. Wie krass das aussah. Was ist denn das für ne Höhle, Alter? Du bist geil, ne? Ja, ich such dir am... Mach das. Ich glaub wir sind noch nicht auf der Höhe. Was, Nico? Hast du's geschafft? Ja, ich hab's eben geschafft. Na, dann geb ich auf, weil... Kein Sinn. Ich hab Diamanten gefunden hier oben. Hier oben sind Diamanten. Ey, los! Warte! Warte! Kalle, wer ist unten? Da kommt was? Nein! Kalle, deinesgleichen kommen auch mit. Yay. Alter, yo. Was ist das für Sauns machen, Alter? Du brauchst Versorgung. Warte, Ocelots, Ocelots kriegen keinen Schaden, gell? Doch. Ne, kein Fallschaden. Achso, ne. Ne, guck, kannst du mir vielleicht schnell wieder OP geben? Nein. Das wär aber echt voll süß. Warte, ich will erst den Ocelot runterfallen lassen. Oder drei oder zehn oder so. Ich bin mal bitte OP. Ne, du machst damit nur Scheiße. Mach ich überhaupt nicht. Mehr Scheiße als Kalle grad macht, kann man nicht machen. Okay. Ihr müsst ja alle rüten, ne? Ach man. Oh, die fliehen gerade. Ach, warte mal, man kann ja lustige Sachen machen mit Redstone, ne? Eigentlich hab ich Bock mit dem Pferd hier so runterzureiten. Ich mach grad eine Kernbohrung. Ich mach grad eine Kernbohrung. Ja, lass das mal. Lass das mal alle mal. Die kommen gar nicht auf den Boden auf. Stimmt. Und selbst wenn da ist Wasser, das guckt TNT nicht. Also, das, ne? Das war der schlauste Satz der Welt. Also das. Ja. Bam. In your face. Ninja face. Ninja face. Ja, komm mal, sei doch blöd, ne? Ihr müsst das Wasser auch wegbauen. So, weißt du? Mit TNT. Wegbam. Mit TNT. Dass es auch schön sicher nie wieder mehr kommt. Du kommst bald nie wieder. Weil weißt du, wenn man Wasser so zubaut, ne? So wie ich's grad mache. Dann 100%ig wird es niemals irgendwie so einen anderen Weg finden, da nochmal rüber zu kommen. Außer man wirft natürlich. Ich baue es übrigens grad ganz weg. Dumm, ne? So was hin, ne? Was ein Kubi grad macht. Hä? Ich baue überhaupt nicht. Wenn das witzige ist, wir haben keinen Spaß. Lass mal ne Miene suchen. Oder jetzt einfach hier mal, lasst ab jetzt hier Survival spielen. Los. In der Höhle. Ist eigentlich voll geil. Ja, aber nicht jetzt mal, lass noch die Map weiter. Kommt jetzt mal her. Sieht nicht voll cool aus. Ich hab mir Mühe gegeben. Ähm. Ja. Ähm. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ich hab mir Mühe gegeben, so ein Punkt aus Ende. Und jetzt ist das der Grund, wieso ihr herkommen solltet. Wo müssen wir jetzt eigentlich weitermachen? Also wie viel Crap ich im Moment hab. Ja. Ja, wollte ich sagen, was wollte ich mal kieren. Nein. Ich hab alles weggeräumt. Alles weggeräumt. Ich schwöre es euch. Alter Mann, ihr seid... Oh, wasser Alter. Oh, lol. Warte mal. Hä? Wir sind ein bisschen falsch hier, oder? Ne? Ne, stimmt schon. Ja. 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 Ja.